In den heutigen Vivi-News, die Sesamstraße erscheint mit einem Comeback im digitalen Raum, das schauen wir uns auf jeden Fall genau an. Außerdem rasten Hater komplett aus und beleidigen die Community, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall hier an das nächste Comic, was wir von Marvel sehen werden, natürlich mit den Drop-Details und als letztes schauen wir uns auf jeden Fall mal den Kryptomarkt an, das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-O-G mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit ein paar mehr News als gestern, deswegen heute auch direkt das Video und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein in die heutige Vivi-News. Wenn du aber natürlich meinen Kanal feierst und du gerne mehr über die Themen Vivi-NFTs und Collectibles wissen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst du definitiv kein neues Video mehr. Jetzt würde ich auch sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und wie schon am Anfang angekündigt, werden wir uns heute auf jeden Fall damit auseinandersetzen und zwar nämlich mit der Sesamstraße, denn die werden ihre ersten digitalen Collectibles auf der Vivi-App launchen und das tatsächlich schon relativ bald. Das gesamte Collectible, was wir sehen werden, ist nämlich an dieser Stelle tatsächlich nur eins. Und zwar werden wir nämlich hier das Cookie Monster mit insgesamt 5.555 Editions am 19. März auf Vivi sehen, das heißt relativ bald und dementsprechend können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, dass wir tatsächlich auch in diesem Jahr noch weitere Collections sehen werden, wie sie hier an dieser Stelle schreiben. Das ganze Collectible, was wir sehen werden, ist einmal dieses hier unten. Ich werde das an dieser Stelle mal ein bisschen vergrößern für euch, dass ihr es einmal anschauen könnt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ankommen wird. Der Post von Verity an dieser Stelle auf Twitter wurde insgesamt schon über 3,7 Millionen Mal anderen Leuten angezeigt, also wirklich schon eine extrem hohe Zahl. Darunter waren natürlich aber nicht nur so lustige Kommentare wie von der Community hier, wo einfach ein bisschen Werbung und PR betrieben wurde, sondern auch wirklich Kommentare, wo man sich wirklich fragen muss, was geht hier ab. Beispiel hier einmal von der WC-Ente, beziehungsweise LK-Sibon. Also wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdige Kommentare hier drunter. Zum Beispiel wurden dann alle Leute direkt unter Generalverdacht gestellt. Jeder, der diesen roten Kreis, wie auch ich zum Beispiel in meinem Profilnamen habe, dass das Leute sind, die pädophil sind. Also wirklich sehr, sehr krasse Kommentare hier drunter gewesen. Wenn man natürlich NFTs nicht mag, dann kann man das gerne so mögen, aber wirklich hier mit solchen Kommentaren zu schießen, geht einfach überhaupt nicht anders. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr seltsame Kommentare insgesamt. Auch wenn man hier mal ein bisschen runterscrollen hinter diese gesamten Kommentare von Vivi, beziehungsweise von der Community, dann findet man auch immer wieder Leute, die hier wirklich, ja, what the fuck, God is dead. Also sehr, sehr negative Kommentare, die hier drunter gefallen sind zum Thema NFTs. Und auch Sesamstraße, horrible shit, fucking hell. Ja, also da wird auf jeden Fall eine Menge gehatet. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie viele Leute trotzdem hier auf die App aufmerksam geworden sind und dann wirklich hier tatsächlich auch eine NFT kaufen werden. Nach diesem gesamten Hass hier im Netz schauen wir uns auf jeden Fall mal die Jobdetails an für den nächsten Comic-NFT-Drop. Und zwar sehen wir nämlich hier die First Appearance of Banshee. Und hier sehen wir Ankenny X-Men, Hashtag 28, natürlich wie immer mit exklusiven Rare und auch Ultra-Cover. Das ganze Collectible wird, beziehungsweise das ganze Comic wird ja am 16. März um 17.00 Uhr stattfinden. Und das sind einmal die Cover, die wir sehen werden. Ja, ist ein Comic, was tatsächlich mit einem Charakter verbunden ist, der auch relativ interessant ist und auch bekannt ist in der X-Men-Reihe unter Fans. Dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall ein interessantes Comic hier. Ja, und die Daten auch auf GoCollect sind nicht allzu vielversprechend. Eine 9.8 gerade mal für 4.700 Dollar. Hier muss man aber ganz klar auch sagen, das ist halt in 2013 verkauft worden. Also es sind schon knapp zehn Jahre jetzt hier vergangen. Dementsprechend könnte das Ganze auch schon sehr, sehr viel höher liegen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Comic, was man, denke ich, eher mögen muss, als dass es preislich komplett durch die Decke gehen wird. Ja, und als nächstes wirklich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nur den Kryptomarkt an, denn der ist richtig am Pumpen. Momentan hier Bitcoin, was bei 25.000 US-Dollar wieder angekommen, trotz dieses massiven Drops nach unten. Momentan hier in den letzten sieben Tagen 10,9%. Alles ist eigentlich im Grünen, außer, wer hat das nicht anders gedacht, der OMI-Token. Denn der OMI-Token ist wirklich ein sehr interessantes Phänomen, muss man ganz ehrlich mal so sagen. 1% im Minus sind wir sogar gerade und wir sind immer noch weiter abgerutscht. Wenn man sich das gesamte mal anschaut, alles andere ist eigentlich da oben gegangen in den letzten 24 Stunden, außer der OMI-Token, der wurde nämlich immer und immer weiter abverkauft. Wenn man sich auch mal die Order-Bücher anschaut, dann sieht man ganz klar, dass hier riesige Sell-Walls teilweise aufgebaut sind, von teilweise 50 bis 100 Millionen und dann kann der Preis halt einfach nicht pumpen. Außer wir haben wirklich jemanden, der hier unfassbar viel Millionen an OMI-Token kauft, plötzlich und damit die Sell-Walls aufkauft und damit den Preis nach oben treiben kann. Aber ja, diese Leute haben wir bis jetzt auf jeden Fall nicht. Da sonst hätten wir auf jeden Fall ein ganz anderes Szenario gesehen. Es wird hier also ganz bewusst der OMI-Token runtergedrückt vom Preis und das ist so eine Sache, wo man sich dann schon fragen muss, ist das hier eigentlich noch relativ normales Marktgeschehen oder wird das hier eigentlich mehr manipuliert? Meiner Meinung nach wird es mittlerweile mehr manipuliert, denn man sieht das ja ganz offensichtlich, alles pumpt. Selbst irgendwelche Shitcoins gehen nach oben und der OMI-Token macht sogar hier noch Verluste. Hier, wenn man sich das gesamte mal anschaut, in den letzten 7 Tagen insgesamt 7,5% Verlust. Wenn wir uns den gesamten Kryptomarkt nochmal anschauen, selbst Dogecoin hat in den letzten 7 Tagen gerade mal minus 3% gemacht. Also es ist hier wirklich sehr, sehr kurios und wenn man hier generell im Montag scrollt, dann sieht man eigentlich keinen Token, der nicht in den letzten 7 Tagen hier irgendwie mehr als ein bisschen im Plus war. Hier selbst Algorand, gut, hatte jetzt in den letzten 24 Stunden hier 6,1% im Plus, aber 7,5% in den letzten 7 Tagen. Aber nichtsdestotrotz ist es hier einfach wirklich sehr, sehr fraglich, was momentan mit dem OMI-Token passiert. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit der weiteren Entwicklung vorangeht. Die Utility und an sich der Nutzen ist für mich immer noch da, aber es ist schon sehr fraglich, wie der Markt sich hier an dieser Stelle verhält und wie er manipuliert wird. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Vibi-News. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich für mich riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.